Mal gucken, was dir abschlägt. Der Stein hat vorhin immer 10 abgeschlagen, das Teil macht... 5... Hey! Kinder, was geht'n bei euch ab?! Junge! Willkommen zu einem weiteren Video! You're sleeping! I'm a good! Just woke up and it's fucking amazing! Ich dachte mir, ich schau mir mal wieder Rust an. Ich hab Rust früher gespielt und dann nicht mehr, weil auch dieses Update kam dann und dann dachte man, hat ja jeder gesagt... Aber der Schatten ist ja schon mal ziemlich, ziemlich spastig, nicht wahr? Aber komm, da wollen wir mal drüber hinwegsehen! Oh! Mach schnell die fuck aus! Ich nehm an, das ist noch so wie früher. Ajo! Rust hat mir früher ziemlich viel Spaß gemacht. Dieses Looten, Sachen bauen, Lager bauen, hin und her, da war ich mit Kollegen auch richtig fett dran. Ich habe dann aus Zeitgründen einfach wie immer den Anschluss verloren und kam dann rein, die anderen hatten eine riesige Basis und was weiß ich alles und Kartoffelsalat, echt krass, überall Waffen, man kam rein, alles war voll und ist in so einem Baum unendlich viel Holz enthalten. Scheiße, muss ich das jetzt zensieren, wenn ich nackt bin? Ja, ne? Wahrscheinlich. Das erste, was ich brauche, ist ne Unterhose, ich halt nur nackig da rumrenne. Jetzt häng ich halt mal meine Klöten hier in dieses eiskalte Wasser. Ich wollte einfach mal gucken, wie das hier so ist. Ich hab seitdem ich... Oh, ich bin wet. Schau mal, wie er mit sich selbst spricht. Ah, es kann bitte nicht töten, warum? Darum. Das ist von einem Spieler ein gebautes Haus, oder? Ich weiß es nicht genau. Ah. Wow. Okay, naja, aber ich, aber irgendwie... Halt! Stopp! Ein Reh! Schaut, es steckt anscheinend in dieser Blumensache fest. Nein! Also, es ist komplett anders jetzt, ne? Ich erkenne das gar nicht mehr wieder. Ich weiß gar nicht, wo hier, wie, was, warum und links und rechts. Die Map ist eine völlig andere. Das sieht sehr, sehr schön aus. Die Landschaft war davor ja irgendwie karg. Und ja, was ich aber eigentlich erzählen wollte. Seitdem ich den Fallout-Trailer gesehen habe, habe ich voll Bock, irgendwas gradliniges zu machen. Aber es ist schwer, weil ich nichts finde, weil natürlich... Ich will Fallout... Oh! Ich bin übrigens auf dem Wolf-Fighter-Rustle. Ich will unbedingt Fallout spielen, aber natürlich gibt es das noch nicht. Ich bin auch eines der armen Schweine, das natürlich mal die Ding spielen kann. Oder darf. Na, kann die, äh... Fürs Tablet und so. Weil ich nämlich keine scheiß Apple-Geräte habe. Verfickt doch mal. Macht, bringt die das einfach nur für Apple raus. Jetzt am Anfang ist das doch zu brechen, oder? Da hat sich jemand ein schönes Haus gebaut. Gibt's jetzt hier eigentlich, äh, Zombies? Oder... Oder wieder nur infizierte Tiere, oder? Oder wie läuft das so ab mit dem Jumble, du, wisch? Ich kenn mich ja auch nicht so aus mit sowas, du. I'm drowning. It's too fucking cold outside. Da oben rennt eine Ziege rum, oder sowas? Ziemlich cool, wie die ist, ähm, de... Ah, das ist ein Pferd, oder? Das ist ein Pferd. Brennt das Pferd? Oh mein Gott, brennen de Ponys? Ich geh einfach mal hoch und schlags tot, komm, kann ja nicht schaden, oder? Wenn man einfach mal drauf schlägt. Es sieht so ein bisschen aus, als wird's brennen, ne? Manchmal. Pferdchen. Ich hab bald meinen Speer, dann bring ich dich eh um. Hahaha. Ja, da dachte ich mir, ich guck... Ich guck zumindest mal hier in Rust rein, was sich so getan hat. Und vielleicht mach ich jetzt das so ein bisschen. Hier bekomm ich gar nichts. Das Pferdchen ist weg. So war. Was hat man da oben bei, oder? Das ist das da. Oh! Nackiger Mensch. Alter, wie meiner einfach nackt ist, mich anguckt. Äh, ja. Gefällt dir, was du siehst? Bock! Ich fand mich, wie man hier das einfach öffnen kann, also irgendwie muss man... Achso, ist das hier mit nem Schlüssel? Natürlich, mit nem Schlüsselsystem. Macht natürlich Sinn. Ich weiß es zwar nicht, aber ich denke, es geht hier um Schlüssel einfach. Das hab ich mir früher schon immer gewünscht. Einfach Schlüssel. Bei Rust. Davor musste man ja immer irgendwelche Codes eingeben an den Türen. Was ich jetzt nicht so cool fand. Allein schon diese Zeitverzögerung, Code eingeben und sowas. Aber mit Schlüsseln. Das hat schon was. Es waren 16 oder 18 Spieler auf dem Server, als ich gejoint bin. Ich dachte mir, ich join erst mal auf nen recht leeren Server, weil ich keinen Bock hab voll auf die Fresse zu bekommen. Vor allem kenn ich überhaupt gar nichts mehr. Beim alten Rust kannte ich jeden, jeden, jeden Weg. Ich kannte die ganze Map auswendig. Ich bin gespawnt und wusste halt sofort, wo ich bin. Ihr könnt einfach mal schreiben, was ihr davon haltet. Hier von diesem Rust-Kram. Ich fänd's mal wieder interessant, einfach irgendwas aufzubauen und irgendwas etwas, etwas länger zu machen. Wie immer nur zwei Folgen. Aber es ist natürlich auch schwierig. Schwierig für mich, weil ich es schon ewig und drei Jahre nicht mehr gemacht hab. Und möglicherweise auch schwierig für euch, weil ihr das von mir gar nicht kennt. Ich brauche mir doch irgendwas, was ich hier auf YouTube machen kann, was mich von Fallout ablenkt. Weil eins weiß ich auf jeden Fall. Das kann ich praktisch jetzt schon direkt versprechen. Also es wird auf jeden Fall ein Fallout-Feder-Let's-Bait dann von mir kommen. Weil Fallout, da bin ich ultimativer Fan. Das ist natürlich richtig fett, wenn ich es auch direkt mit aufnehmen kann. Da hat jemand einen Ofen für mich hingestellt. Sehr schön. Ich glaube, so mache ich ihn nicht an. Da vorne ist ein Licht an. Da sind zwei Lichter an. Ich habe vorhin noch kurz testweise HZN, H1, ZN1, bla 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 gespielt. Da bin ich gar nicht reingekommen. So, jetzt wird es echt arg dunkel. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht im Dunkeln auf irgendwelche ersten Viecher treffen. Ich weiß wie gesagt nicht, wie das hier aussieht. Was für Viecher das sind, aber ich nehme einfach schon meinen Speer. Scheiße, ich brauche die Fackel. Geil, ich habe Schiss. Wow, bin ich hier im Fackellager gelandet oder was? Oha krass, ich war schon am Abnippeln langsam. Ich bin am Abnippeln. Ich bin da. Und dann wurde du... nichts. Das wäre natürlich eine Idee erstmal sich hier irgendwo in den Wald was zu bauen. Da vorne sind Steine. Jetzt bin ich für immer nett. Er ist für immer nicht. Hm. Das ist blöd für ihn. Aber das sieht schon sehr schön aus hier mit dem... Ich erinnere mich, dass es früher bei Rust ziemlich einfach war auch an Waffen zu kommen. Man ist in irgendeine verseuchte Stadt gerannt. Hat vielleicht sogar schnell Radiation-Glamotten bekommen, dass man gegen die... Anti-Rat. Dass man dagegen geschützt ist gegen die... ne... Strahlung. Und dann ist man eskaliert. Da ist man rein, hat sich da Blueprints geholt und Waffen waren direkt auch am Start und so weiter und so fort. Das ist aber ein schönes Haus hier. Ist nicht zufällig offen. Mal schauen, was wir auf dem Berg vorfinden. Hoffentlich Steine, die ich abbauen kann. Da oben ist einer. Ha. Und bis jetzt noch nichts, was mir irgendwie feindlich gesinnt war. Kein Tier oder sowas. Warum schreiben die so behindert? Sind die etwa auch vom Facebook, wisch? Ich dachte wir wären Freunde. Warum dürfen denn Schreibbehinderte überhaupt an dem, äh, am Computer? Ja? Seit wann durften Legastheniker denn an dem Computer? Das ist ja was ganz Neues. Hat es jetzt bei mir nicht gegeben, ja? Das Pferd. Die Klark ist jetzt tot. Ich brauche nämlich Klaus. Lass bestimmt Kleider an. Ganz ruhig Pferdchen, komm her. Bleib mal stehen. Ja. Komm her. Jetzt halt einfach davon. Ist aber auch echt ein verrücktes Pferd. Bleib mal stehen jetzt. Stehen geblieben Pferdchen. Oh, komm. Ich hab schon über die Hälfte weg. Bleib schon stehen. Oh. Komm her. Wedig ist so, wo es kalt ist. Da sterben wir beide. Ja. Was? Stirb. Merseferker. Ja, Klos. Klos. Ich hab Klos gefunden. Und Wollfleisch. Großes Wollfleisch im Pferd. Ja. Da findet man das sehr oft. Aber die Klamotten reichen noch nicht ganz. Wir brauchen noch mehr Kloff. Wo kann ich es noch herkriegen außer von Tieren? Früher hat man es halt noch von den Zombies dann bekommen. Beziehungsweise eben von den. Von den. Bären. Von den roten Bären. Und den Wölfen. Gibt es das hier auch noch? Rote Bären. Um euch das bestmögliche Spielerlebnis bieten zu können, startet deshalb jeden Tag um Punkt 12 Uhr mittags neu. Ist nicht besser, wenn man den... Also ich mein, ja. Neustart ist immer gut. Aber mitten, mittags? Entweder sind da jetzt Zombies oder irgendwas. Aber da ist jemand gerannt. Irgendwas die abschlägt. Der Stein hat vorhin immer 10 abgeschlagen. Das Teil macht... 5. Es ist... Es ist wirklich enorm... Kacke. Gut, okay. Ist aber auch eine Stone. Also für Steine. Ne? Da ist ein Airdrop, geil. Wie fantastisch ist das so? Ist das ein normaler Stein zum abbauen? Wahrscheinlich wieder nicht. Ich habe jetzt einfach mal einen Hammer in Auftrag gegeben. Ich hoffe, mit einem Hammer kann man auch abbauen. Wenn nicht, habe ich verschissen. Weil ich habe den Stein vorhin weggeworfen. Die Axt habe ich jetzt verduddelt. Und ja. Ah. Habe ich nur meinen Stein weggeworfen. Hier, wenn man direkt Schaden nimmt. Krass ist das. Ja. Schon Bobbel gefunden. Die Rettung. Ich habe wieder Steine gefunden. Ja. Uh. Schnell weg von der... Au. Ich renne einfach voll in die Fallen. Ist es bei Rust noch so, dass man immer noch, das weiß ich nicht genau, liegen bleibt, wenn man offline geht. Also dann legt man sie einfach hin. Da... Ich meine da, mich da noch an etwas erinnern zu können. Ein Bär. Du hast mich jetzt aber nicht gesehen, Bär, oder? Rennt auch im Kreis. Sieht aus wie eine Quecksilbervergiftung. Neeee. Ist hier oben etwa ein Weg? Nicht. Dafür ein ziemlich schöner Platz, um hier was hinzubauen, finde ich. Da könnte ich ja das erste Lager mal errichten und ein bisschen was kochen. Damit wir nicht schon wieder verrecken. Wir sind doch schon wieder hart am sterben. Aber immerhin haben wir jetzt schon einen Hut auf und ein Hemdchen an. Und wenn wir den Bär killen können und dann auch irgendwo anders her Cloth herbekommen, dann... Cloth. Dann können wir jetzt auch einen Bogen machen. Und ich glaube mit einem Bogen geht es richtig geil ab. Geht schneller und bringt in einem Schlag doppelt so viel wie der andere Jumple. Also... Kann man nicht sagen. Ich werde den Baum hier noch zu Ende looten. So. Der Baum ist weg. Und ich habe gerade eben noch. Das habt ihr nicht sehen können. Ich habe hier Cloth herbekommen. Guck mal hier. Gras. Ist das doch, oder? Hanf, meine ich. Ist das nicht Hanf? Ja, ultra nice. Ultra nice. Kleine Hanfpflanzen sind das. Kann man die hier auch pflücken, die dort und fahren? Nein. Jetzt stopft sie einfach bei mir. Mitten in der Aufnahme. Jetzt breche ich aber gleich die Tränen aus. Das sind wieder die Fans, die einfach vor dem Haus campieren. Echt schrecklich. Ich habe einfach jetzt mal ein bisschen Essen rausgeworfen. Ich bin ja kein Unmensch. Schon sinken die FPS ins Nichts. Ah, da sind sie wieder da. Plötzlich sind sie wieder vorhanden. Ich bin ja schon am Herstellen. Einige Sachen. Campfire und so weiter und so fort. Und sobald es endlich fertig ist, da ist auch eine Hose bitte in meiner Liste drin. Kann ich, kann ich euch in die Dinge rein zeigen. Auch in das, ne. Bei YouTube ist es immer so eine Sache, wenn man nackte Leute zeigt. Und mein Kerl steht immer noch da rum und wedelt mit seinen Eiern rum. Deswegen kann ich das jetzt erstmal nicht vorführen. Ich habe nämlich keine Lust da irgendwie einen Balken drüber zu machen, dass mir zu viel Arbeit wisch. Oh Gott. Ich dachte, der Bär kommt jetzt und frisst mich auch. Endlich besitze ich Hosen. So. Der Pillar meiner ist verpackt und ich kann euch hier das Menü zeigen. Ihr könnt ihr mal sehen, was ich vorher noch bekommen habe. Äh, hier, Wooden Floor Spikes. Dafür habe ich, äh, das ist die, das müsste eine Blueprint sein, genau. Die kann ich jetzt studieren und jetzt kann ich es selbst bauen. Da kann ich einen eigenen Plan machen. So, jetzt mein flötes Fleisch ist endlich fertig. Ja. Woo. Schön, was weggeknuspert. Noch mal eins, komm. Ich mache das Feuer wieder aus. Irgendwas wir noch bauen könnten, damit wir hier, was hier ein bisschen gemütlich haben. Ich muss jetzt nämlich gleich los. Achja, wie sieht es denn mit einem Bogen aus? Da brauche ich 50 Kloff, wir haben 39. Ich gucke noch mal kurz noch Zeug. Einen Bogen hätte ich schon gerne noch fürs nächste Mal, damit wir uns gegen diesen Bären verteidigen können, der da hinten rumstapft. Da ist noch so eine Kloffpflanze, da seht ihr den Bären da hinten? So, das reicht schon. Also der Bogen wird gecraftet, ich crafte direkt noch ein paar Pfeile mit. Ich crafte mal 30. Das hier könnte jetzt was sein, dass ich, dass ich wie gesagt ein bisschen, ich bin bei den Juckelfels, Juckelfelsiegen. Das wäre natürlich was, wenn wir als nächstes suchen könnten, Juckelfelsiegen. Ihr könnt ja mal schreiben, ob er euch das hier zusagt, dieses, dieses Rust-Erlebnis. Ich würde jetzt dann hier anfangen, so eine kleine Mini-Base zu bauen, dass ich nicht sofort wieder verrecke und ein bisschen jagen gehen und sowas. Überleben halt erstmal. An irgendwelche Raider-Aktivitäten ist ja gar nicht zu denken, dass ich irgendwelche Leute ausraube. Ich muss hoffen, dass ich hier nicht gefistet werde. Ich lege mich auch in den Busch da oben rein, hier lege ich mich rein. Ah, der Bogen ist fertig. Guck mal kurz den Bogen an. Pfeile werden gerade hergestellt. Komm, ich will noch einen Pfeil verschießen. Die Schatten sind halt so ein bisschen, ne? Hm. Hm. Ich sag's mal so, hm. Muss ich die jetzt hier dabei haben oder was? Okay, gut, alles klar. Ziemlich cool. Geht gut, ne? Da ich ein Meisterschütze bin, wird das gar kein Problem sein, da was zu erlegen. Ne, äh, erlegen. Also nächstes Mal würde ich mich dann um den Bären dahinten kümmern in der nächsten Folge. Falls halt über Style noch da ist. Ich muss jetzt erstmal offline gehen. Ihr habt mich aber gehört. Komm, ich will noch schnell den Kram aus dem Feuer. Ah. Bevor da noch jemand meint, der kann... Er kann mein Holz klauen. Bevor jemand meint, der kann mein Holz klauen. So. Gut, gut, gut. So weit, so gut. Allahopp, gell? Ich setze mich hier rein. Also vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.